Hallo meine liebe Freundinnen und hallo meine liebe Freunde. Ja, ich wünsche euch heute ein wunderschönes Osterfecht. Aha, ja, das ist hier das höchste Fecht bei den Christen. Jawohl, da wird gefeiert, dass Christus wieder von den Toten auferstanden ist. Aha, das feiern die Christen an Ostern, auch meine Leute. Ja, die feiern das auch, nur leider ist es dieses Jahr ein ganz ruhiges Fest. Weil man hat ja Kontaktverbot oder Kontaktsperre oder wie auch immer das heißt. Also man soll sich ja nicht mit vielen Leuten treffen und so. Wobei Osterfecht ja eigentlich das Fecht ist so, hauptsächlich auch mit den Kindern. Und da werden die Osterhase und die bunten Eier und so versteckelet. Und alle gehen dann Suche und haben ihr Spaß und ihr Freude. Und das ist halt eben in diesem Jahr alles ein bisschen ruhiger und ein bisschen stiller. Weil man das ja wegen der Corona nicht machen kann. Hm, hm, ist ein bisschen dumm. Und was auch ganz dumm ist, weil die tolle Messe, diese ganz tolle feierliche, das ist alles, alles, alles nicht machbar. Ja, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr wird Ostern ganz toll gefeiert. Aber dieses Jahr wünsche ich euch trotzdem ein wunderschönes Osterfest. Halt eben nur etwas stiller. Also bis dann. Tschüss, euer Merlin.